Wahnsinn, Wahnsinn, einfach Wahnsinn, auf was wir in einem hohen Rossi da sitzen und über mich urteilen können. Ich stehe zu meinen Idealen und zu meinen Werten und zu meinen Taten. Da hört ihr es. Der heilige Pater, der König aller Heuchler, er denkt, er ist was Besseres in seinem reinen Gewand und schwingt Reden von der Nächstenliebe und der Güte. Dabei ist er es, die gesamte Kirche, jeder einzelne Glaubensvertreter, kein Stück besser als wir. Sie bedingen Nächstenliebe, aber lieben nur sich selbst. Kriege aus Liebe, wie blasphemisch ist das? Ihr vergreift euch an Kinder, verwaltet ein riesiges Vermögen, das ihr gierig vermehrt. Wahrheit, Pater, Wahrheit. Euch sollte der Schlag treffen, wenn ihr dieses Wort alleine in den Mund nehmt. Ihr wollt, dass wir vergeben, damit uns vergeben wird? Aber Pater, ich vergibe euch nicht.